Aber wisst ihr was? Der Döner riecht so lecker, ja? Ich gehe direkt vor meiner Nase und ich brauche jetzt auch mal eine Pause. Wie schön, dass meine Schwester Patti Walpatti heute hier ist. Sie ist Buchautorin, Moderatorin und hier, Ladies and Gentlemen, ist Patti Walpatti, die die nächste Kategorie erklärt und moderiert. Meine Schwester, herzlich willkommen! Vielen Dank, Patti. Ja, kein Problem. Ich finde es einfach nice, dass das hier wirklich so familiär ist und wir haben ja damals immer schon öfter auf der Straße Lieder gesungen. Man muss ja echt zusammen machen. Wir mussten ein bisschen Geld verdienen, also jetzt nicht auch so eine merkwürdige Art und Weise, sondern wir hatten einfach Lust uns ein bisschen Taschengeld verdienen. Also nicht, dass das jetzt, oh Gott, Kinder müssen auf der Straße Lieder singen, wir hatten schon wirklich Spaß dabei. Die Bravo hat sich nicht von selbst gekauft. Richtig, die Wendy hat sich nicht von selbst gekauft, der Nagellack ebenfalls nicht. Patti hat alt gesungen, ich habe Sopran gesungen, wir haben immer wunderschöne Weihnachtslieder getrellert. Und manchmal mussten auch irgendwelche Instrumente herhalten, wie zum Beispiel Blockflöte, die auf jeden Fall sehr wintertauglich ist. Die ist uns nämlich tatsächlich im Winter eingefroren. Was werde ich denn was vergessen? Blockflöte? Durch den ganzen Speichel, wenn man eben eine Blockflöte spielt, ist es irgendwann einfach festgefroren. Wir waren traurig, unsere Mama waren traurig. Unsere Mutter war eher enttäuschend und hat noch die ganze Zeit geschrien, spielt, spielt. Das ging nicht. Das war super, wir hatten wirklich die beste Mama der Welt, die hat uns immer gepusht. Wir sind gleich mit 50 Euro an dem Tag nach Hause gegangen. Es wäre selbst jetzt noch sehr viel Geld, also es hat sich eindeutig gelohnt. Was machst du eigentlich morgen? So Blockflöten, ein bisschen Sommersongs und sowas? Wäre gar nicht so schlecht, wa? Vielen, vielen Dank, Patti! Vielen, vielen Dank, einen Applaus. Guten Abend, mein Name ist Patti, Patti, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ihr werdet gleich eine Reihe von Behauptungen hören, davon sind einige möglich und einige komplett unmöglich. Ihr habt in dieser Quizrunde zum ersten Mal sogar zwei Buzzer. Ein für möglich, ein für unmöglich. Ich werde gleich die fünf Aussagen vorlesen und ihr drückt den jeweiligen Buzzer und müsst entscheiden, ob diese Aussagen theoretisch möglich oder unmöglich sind. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt und für eine falsche keinen Punkt. Verstanden? Natürlich. Los geht's! Kommen wir direkt zur ersten Frage. Möglich oder unmöglich? Würde man Ihnen klitzekleine Parkas und klitzekleine Winterstiefelchen anziehen, könnten manche Rummeln über dem Mount Everest fliegen? Joko hat sehr schnell entschieden. Okay, Nico. So, wir haben zweimal möglich und einmal unmöglich von Nico. Und dazu erzähle ich euch jetzt erstmal was. Und zwar, Rummeln können nicht nur bis zu 80 Prozent ihres eigenen Körpergewichts tragen, sondern laut National Geographic auch durch einen angepassten Flügelschlag in extrem dünner Luft noch fliegen und mit bis 25 Prozent eines normalen Sauerstoffgehaltes auskommen. Das bedeutet, richtig ist die Antwort möglich. Ein Punkt für Bastian und ein Punkt für Joko. Sorry, Nico. Heute nicht. Alles cool. Kommen wir zur nächsten Frage. Möglich oder unmöglich? Hätte Jack the Ripper sich Anno 1890 beruflich umorientieren wollen, hätte er sich bei Nintendo bewerben können? Das ist die Frage. Ist das möglich oder unmöglich? Ihr habt alle Zeit der Welt. Denkt gut darüber nach. Ich wiederhole nochmal. Erstmal hätte Jack the Ripper sich Anno 1890 beruflich umorientieren wollen, hätte er sich bei Nintendo bewerben können. Wir haben jetzt gerade schon einmal möglich. Oh, wir haben dreimal möglich von allen dreien. Dann hier einmal die Antwort. Nintendo wurde am 23. September 1889 gegründet und hatte zunächst Spielkarten hergestellt. Die sogenannten Whitechapel-Morde von Jack the Ripper fanden zwischen 88 und 91 statt. Das bedeutet, ihr habt alle einen Punkt, denn das ist richtig. Wuh! Jo. Das war die zweite Frage. Kommen wir zu der dritten. Möglich oder unmöglich? Würde man ab diesem Moment ein neugeborenes Tag und Nacht nur YouTube-Videos gucken lassen, könnte es mit Glück bis zu seinem Tod alle Videos durchgucken? Das ging aber sehr schnell. Ihr seid euch alle sehr sicher. Warum seid ihr euch so sicher? Ich müsste kurz jemand anders antworten. Ich habe einen Mundfall. Genau, also vielleicht erstmal nicht, Joko, ne? Das ist natürlich eine Schätzfrage. Ich halte das für unmöglich. Die Videos auf YouTube sind in Teilen so wahnsinnig lang. Ich meine, alleine Kaminfeuer ist da schon 20 Stunden. Und wenn man das alles hintereinander guckt, glaube ich, ist man tot. Ja, es ist auf jeden Fall viel zu viel. Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und irgendeine Schätzung abgeben, aber das ist auf jeden Fall länger als ein Menschenleben. Glaube ich auch. Und ich meine mal gehört zu haben, dass vor ein paar Jahren in einer Sekunde weltweit 48 Stunden Material hochgeladen werden. Und das ist wahrscheinlich noch viel, viel mehr mittlerweile. Und deswegen... Interessant. Lesen Sie mal, was hier steht. Und zwar ist es tatsächlich unmöglich. Es werden pro Minute circa 500 Stunden Videos hochgeladen. Das sind 720.000 Stunden Videos pro Tag. Also in einem Jahr 262 Millionen 800.000 Stunden. Das allein sind 30.000 Jahre Videos. Ihr habt also alle einen Punkt, denn das ist unmöglich. Sehr gut. Also momentan schlagen sich ja alle recht gut. Scheint ja gar nicht alles so abwegig zu sein. Kommen wir zu der vierten Frage. Möglich oder unmöglich? Würde man ihn mit Taucheranzug und Sauerstoffgerät ausrüsten, könnte Joko sich durch die Hauptschlagader eines Blauwals bewegen? Also eigentlich müssten natürlich jetzt Joko am schnellsten antworten. Das ist super. Ja, ja. Unmöglich. Ich habe Angst, wenn ich auf möglich drücke, dass wir irgendwann nochmal Duell um die Welt drehen. Oh, guter Punkt. Oder dass wir ein Wahl hier haben. Nico sagt möglich. Joko, das wird am interessantesten. Sagt auch unmöglich. Safety first, unmöglich. Warum sagst du, dass das unmöglich ist? Naja, also ich bin jetzt nicht, ich bin halt die Hauptschlagader eines Blauwals. Blauwale sind sehr groß. Die sind riesig, absolut. Aber die müsste ja dann, sag ich mal, schon nochmal links und rechts Platz haben. Das wäre ja eine riesige, eine riesige A. Also die Begründung ist relativ simpel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ader so groß ist. Nico, warum glaubst du, dass das möglich ist? Ich sage, die ist so dehnbar, dass er da auf jeden Fall durchkommt. Dehnbare Adern, auch eine gute Theorie. Bastian? Ich meine, dass der Blauwal natürlich eine Hauptschlagader hat. Da hat sogar ganz, ganz viele. Aber die sind alle so klein, dass da niemand durchkommt. Nicht mal Klaas. Nicht mal Klaas. Das ist ein ganz dichtes, ganz fein verwobenes Netz. Ich glaube, da passt niemand durch. Schauen wir mal, was die Antwort ist. Und zwar, in die Hauptschlagader eines Blauwals könnte man vielleicht noch seinen Kopf hineinstecken, da sie elastisch ist. Aber ein erwachsener Mensch würde nicht reinpassen. Das heißt, unmöglich ist die richtige Antwort. Ihr beide, Bastian und Jogi, habt einen Punkt. Schade, Nico. Das war die vierte Frage. Kommen wir zur fünften und letzten Frage. Seid ihr bereit? Mega Döner. Das heißt, ich bin bereit. Super. Möglich oder unmöglich? Zur letzten Hinrichtung durch Enthauptung in West-Berlin hätte man mit der U-Bahn fahren können. Möglich oder? Oh, das ging aber sehr schnell. Nico, grübelst du noch? Was sagst du? Oh, auch möglich. Gut, gut, gut. Okay, was sind eure Theorien? Warum wäre das möglich? Also die U-Bahn ist deutlich älter als 100 Jahre. Das heißt, wir sind irgendwann so Anfang des 20. Jahrhunderts, möglicherweise sogar Ende des 19. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und da waren Hinrichtungen ja leider immer noch an der Tagesordnung. Deshalb würde ich sagen, das wäre möglich. Mal ein Kamera-Fakt. Ich habe Babylon Berlin gesehen. Das spielt ja vor dem Zweiten Weltkrieg. Und da gab es noch eine Hinrichtung. Und da habe ich mir jetzt einfach zusammengereimt, da gab es wahrscheinlich auch schon zu dem Zeitpunkt einen Teil der Berliner U-Bahn. Interessant. Das klingt alles sehr traurig. Mal gucken, was der Fakt ist. Und zwar 1949 fand die letzte Enthauptung in West-Berlin statt. U-Bahn-Strecken wurden Ende des 19. Jahrhunderts bereits eröffnet. Man hätte also beispielsweise bis zum Oranienburger Tor fahren können. Das bedeutet, ihr drei habt alle einen Punkt, denn das ist möglich. Das war so, was kann unmöglich jemand wissen. Ein Applaus bitte für Party by Party. Jangan lenne. Danke. Vielen Dank.